thema elektrische feldkonstante permittivität permittivitätszahl wird zwar alles häufig kurz angeschnitten in schule und studium aber so wirklich etwas darunter vorstellen kann man sich nicht und diese vorstellung hilft einem oft dabei sich formeln leichter einzuprägen leichter zu verinnerlichen deswegen ist das sehr wichtig und deshalb hier ein kurzes beispiel anhand des kolomschen gesetzes diese drei begriffe erklärt was haben wir hier wir haben eine negative punkt ladung und eine positive punkt ladung das heißt zwischen den beiden ladungen wirkt eine anziehungskraft hier die formel dazu kolomisches gesetz könnt ihr gerne hier oben auf mich auschecken einmal kurz die kraft zwischen den beiden ladungen beträgt 1 durch 4p mal epsilon 0 elektrische feldkonstante mal epsilon r permittivitätszahl e0 mal epsilon r das ist die permittivität mal produkte der beiden ladungen q1 und q2 durch abstand der beiden ladungen ins quadrat ich habe ich ja auch in der skizze schon mal die feldlinien eingezeichnet hier im grün die zwischen den ladungen wirken ja das elektrische feld wird immer von der positiven zur negativen ladung eingezeichnet und jetzt ist die frage wo kommt diese permittivität her was ist das eigentlich und dazu schauen wir uns kurz die gleichung an wir merken okay permittivität e0 mal epsilon r steht hier im nennen das heißt umso größer die permittivität ist umso kleiner wird die kraft f ja das ist schon mal ein erster hinweis und jetzt können wir uns überlegen okay wie verhält sich denn ein stoff zwischen dem also der zwischen den beiden punktladungen ist naja der stoff wir gehen davon aus er ist nicht leitfähig besteht ja aus atomen und jedes einzelne atom besteht aus elektronen in der atomhülle und proton im atomkern und jetzt ist es so dass wenn elektronen und proton in einem elektrisch nicht leicht wegen stoff zwischen zwei ladungen sind sich diese im atom selber so ein bisschen verschieben also dass die elektronen hier in dem fall auf der rechten seite sind die werden ja vom negativen punktladung abgestoßen von positiver punktladung angezogen die elektronen versammeln sich auf der rechten seite und die proton verschieben sich nach links ja die werden denn von der positiven punktladung rechts abgestoßen von der negativen punktladung links angezogen und dadurch entsteht so eine verschiebung ja im einzelnen könnte das im atom so aussehen am atomkern die proton verschieben sich nach links in der atomhülle die elektronen verschieben sich nach rechts diesen vorgang nennt man übrigens polarisation der stoff in dem die punktladungen sind polarisiert sich und dadurch entsteht etwas sehr spannendes und zwar entsteht ein gegenfeld es baut sich ein gegenfeld auf zum ursprünglichen feld ja denn wir sehen das gegenfeld das führt eben dazu dass auch eine kraft auf ladungen hier wirkt die eben entgegengesetzt der ursprünglichen kraft ist ja und deswegen sorgt dieses gegenfeld eben auch dafür dass die kraft die zwischen den beiden ladungen wirkt kleiner wird und ein maß dafür wie stark ein stoff polarisierbar ist also wie stark das gegenfeld ist das durch die polarisierung in dieser form entsteht das maß dafür nennt man permittivität umso größer die permittivität ist umso stärker ist die polarisierbarkeit umso stärker ist das gegenfeld ausgeprägt und umso kleiner ist die kraft zwischen den beiden ladungen und umso kleiner die permittivität ist umso leichter ist das gegenfeld ausgeprägt und entsprechend wird die kraft zwischen den beiden punktladungen auch nicht so sehr verkleinert das ist die permittivität die polarisierbarkeit eines stoffes doch was hat es jetzt mit epsilon 0 und epsilon r auf sich naja ihr müsst verstehen um so eine permittivität zu erreichen braucht es nicht wirklich ein stoff der polarisierbar ist da reichen auch schon elektromagnetische wellen aber das im detail auszuführen würde zu weit reichen was ihr euch merken müsst man hat im vakuum einfach festgestellt ja da gibt es auch eine permittivität kann mit elektromagnetischen wellen erklärt werden würde jetzt aber den rahmen sprengen und hat auch nicht mehr mit schule oder grundstudium zu tun und diese permittivität im vakuum nennt man eine elektrische feldkonstante epsilon 0 die wurde experimentell ermittelt und beträgt eben 8,854 mal 10 hoch minus 12 ampersekunden pro voltmeter ja und die permittivitätszahl ist jetzt einfach das verhältnis der permittivität im stoff in dem wir uns befinden durch die permittivität im vakuum ja denn die permittivität wird dann einfach immer als verhältnis angegeben zur permittivität im vakuum das ist die permittivitätszahl ja und in der luft hat man ungefähr die gleiche permittivität wie im vakuum da ist die permittivitätszahl also ungefähr eins und da wir uns sehr viele dinge in der luft anschauen man denkt man sich die meistens weg ja und da hat man einfach nur eine gleiche wo y r gar nicht vorkommt aber bei starken isolatoren beispielsweise ja da hat man bei den titanat da ist die permittivitätszahl irgendwas zwischen 1000 und 10.000 ja von äußeren bedingungen so ein bisschen abhängig temperatur stoff zusammensetzung ja und da ist es eben so bei einer sehr sehr starken permittivitätszahl wird das elektrische feld so isoliert deswegen wird isolatoren haben stärkere permittivitätszahlen so ich hoffe ihr habt jetzt so ein bisschen verstanden wo das herkommt ja umso größer permittivität umso größer permittivitätszahl umso stärker ist der stoff zwischen den ladungen polarisierbar und stärker ist auch das gegenfeld zum ursprünglichen welt ausgeprägt und deswegen ist die elektrische feldkraft für die zwischen den beiden ladungen wird auch kleiner ja dass diesen dieser zusammenhang derzeit wichtig zu verstehen und dann ist es auch nicht mehr so schwer sich diese formel zu merken wenn ihr dazu noch fragen habt dann stellt sie mir gerne in die kommentare übrigens von der permittivität und der permittivitätszahl hängt auch die elektrische feldstärke ab check das video dazu doch gerne hier aus